Okay, jetzt müsste aber der Bossfight auch schon kommen. Ja. Welcher Bossfight? Der Bossfight. Ich kann mich an keinen Erinnern. Oh, ein Stier. Der Bossfight. Ein Uhrenstier. Oh, ich hab keinen Geh. Modi, der Stier? Der Stier ist bestimmt uralt. Haha. So, was kann ich hier tun? Ich bin tot. Und die Sterben wäre mal eine Idee. Vielleicht auf diese Dinge drauf. Vielleicht musst du ihn auf dieses eine Feldrohr drauf. Okay, er müsste dich jetzt fokussen? Oder? Nein, natürlich. Doch, tut er. Kannst du irgendwas mit der Zeit? Ja, kann ich. Ich kann ein Feld aktivieren, wo er rauf muss. Dreh das mal hoch. Vielleicht kannst du die Säule auch irgendwie hochdrehen. Ah ja, du kannst den Feld... Lass ihn hier herkommen. Er muss hier das Feld, die Staturkörper machen. Verstehst du, Molly? Ja, ich versteh's. Wenn er mich fokussiert, dann muss ich da hin. Kannst du das aufmachen? Und ja. Okay, komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Was macht er denn? Keine Ahnung. Du musst, glaube ich, ausweichen. Ne, ich muss auf dem Knopf stehen. Du kannst dich doch wegporten bei der Charge. Ach so, ich brauche einen doppelten Dinger. Doppelten Dinger. Doppelten Dinger zu überleben. Ich brauche einen hier, einen doppelten Doppelgänger hier hin. Dann gehe ich da rüber und dürfen das Ding und dann teleporte ich mich weg. Sofern ich hier nicht sterbe. Ja. Sonst von vorne geht's. Gehteh's, komm 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 komm. Er ist weg! Ich bin weg. Gig, später war das Goldstein. Jetzt, oder? Nur ein paar mehr Hände, Mann! Ich stehe hier einen Doppelgänger hin. Mach du mal die Platte, wenn du Zeit hast. Ja. Jetzt bin ich leider unter Fokus. Er chargert aber momentan auch überhaupt nicht. Ich brücke jetzt die Platte. Nein, er ist gerade nicht in der Phase, wo wir mit ihm kämpfen können. Bist du dir sicher? Er ist erkennbar daran, dass er andauernd auf mich geht. Und er nicht sprintet. Also ich bin hier, wenn du mal würdest. Kann ich. Tut sich irgendwas? Okay. Ja, aber es würde sich was tun, aber da war ich zu. Sag doch, du musst hier einen Doppelgänger hinstellen. Jetzt musst du das öffnen und dann kann ich da draufstehen und dann rennt er auch zu mir hin. Wenn er mich fokussiert. So, komm zu Daddy. Okay, ich war zu langsam. Okay, fokussiere, 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 fokussiere und... Okay. Er macht es tatsächlich. Okay. Nice. Er macht es tatsächlich. Hat doch gesagt. Das sollte es getan haben. Das ist der Knopf weg, aber... Ah, okay, du kannst den Knopf wieder frei machen. Kannst die Statue wieder hoch machen. Ja, er muss erstmal auf dich gehen. Okay. Ja, aber jetzt bin ich... Hier auf den Knopf? Ich bin auf den Knopf. Ich bin auf den Knopf. Na komm. Nice. Ja. Besiegt. Endlich. Es ist unten. Oh, das... war ein schwerer. Oh, ich bin auf den Knopf. Ja, aber wir besser gehen. Nein, du kannst da raus. Ja, du kannst da raus. Jetzt muss ich hier ein Jump'n' Run machen. Moment mal, eine ganz blöde Idee. Untersteh dich. Geh mal bitte auf das letzte einfach. Welches ist das letzte? Das hier? Nicht das, das nächste. Das nächste. Mach hoch. Ja, so wird es gehen. Ja, so sparst du dir ein paar Sprünge. Ich war eh schon fast da. Oh, ne. Damit ich wieder runden. Moment, wir könnten es auch ganz einfach machen. Moment. Komm mal bitte kurz rauf. Ich bin drüben. Jetzt kannst du hier eh drücken. Ich bin drüben. Jetzt kannst du hier eh drücken. Oh. Huh. Hard work. Ah. Wir müssen einfach nur dran vorbei. Ich glaube nicht, wir müssen einfach nur dran vorbei. nicht runtergekriegt werden. Ah, wir können nicht runtergekriegt werden. Ich mein, dran vorbei ist jetzt nicht so schwer. Ja. Das bringt doch nichts, da hoch zu klettern. Ah, das letzte kann ich kontrollieren. Okay. Das müssen wir nehmen. Ah, ne. Ich komm nicht hoch. Da musst du es bewegen. Damit ich hochkomme. da ist. Entfernt star. Nein. Okay. Das war super asynchron bei mir. Mach mal irgendwas auf. Und nun. Um mich herausfinden wo. Und was ich auch machen kann. Hier kann ich irgendwas machen. Ah, ich verstehe. Was kann ich hier machen? Schieb mal. Achso, ich kann, ah, ich kann schieben. Du kannst jetzt wieder heil machen, während du drauf stehst. Einfach mach's wieder heil. Das müsste ich ja hochbringen. Na komm, jetzt. Was passiert, wenn du es jetzt nicht runterschiebst? Ich bin unten. Oh, es schiebt trotzdem. Kannst du das nochmal machen? Kannst du mich nochmal? Wir können zusammen hoch. Einmal ganz zurückdrehen, dann steht es ja oben auf dem Feld. Ja, ist interessant. Es bewegt sich auch ohne dich dann. Das wieder loslassen. So, nur. Hier geht's weiter. Oh, noch nicht. Oh, einer muss bleiben. Okay. Und ich hab'n Klon, vielleicht kann der bleiben. Du kannst auch einfach rüberrennen. Klon drüben machen. Dann zurückkommen und dann rüberporten. Ja, renn-nummer rüber. Ne, ja, warte, ich mach' hier'n Klon. Ich mach' hier'n Klon. Ich renne rüber. Renne du mal rüber. Okay, das musste mal sein. Wo ist mein Klon von dir? So, Tag. Ach, das sind die Figuren. Okay. Oh, ich hab' keine gute Gefühle über das. Was tun wir hier? Tod sein. Ja. Hüpfen. Wie man weiß, bei sowas ist in deutlich entspannter. Eigentlich. Weil außen hast du eine viel höhere Geschwindigkeit, auf die du achten musst. Wir müssen es beide überleben. Ja, wie gesagt, innen ist entspannt. Überliebe einfach. Ich hab' das hier studiert. Sagt er. Sagt er. Ich geh' für die extra... Für den extra Spaß außen hin. Ups. Was ist mit nennen? Ich bin tot. Bläert am Leben. Alles entspannt. Ich muss nur einen richtigen Moment bläert hast. Drücken. Sagt er. Ja. Ja, cool. Du hättest auch... Du hättest schneller E drücken müssen. Punkt. Ja, ja. Stimmt halt nicht dauert. Komm, die sind schon auf der Hälfte. Gleich. Nein. Wer beim Leben. Okay, auf der Hälfte sind sie jetzt. So, ich könnte das noch stundenlang weitermachen. Ich nicht. Cool. Komm, schnell wieder ans Leben. Na toll. Es ist einfach länger überleben müssen. Ja, ja, ja. Und du hättest Enverling überleben müssen, ne? Und ich hab' nicht damit gerecht, dass das so dermaßen runter... äh, dass die Geschwindigkeit zu dermaßen runtergeht, weil... ...dann wär' ich auch drüber gekommen und nicht mit uns aufgelandert. Und hopps. Na toll. Reingesprungen. Und hopps. Und hopps. Na, komm. Und komm. Sehr schön. Hopps. Und hopps. Und hopps. Und hopps. Und hopps. Und hopps. Und jetzt geht's wieder zurück, oder was? Ich hab' gerade auf deine Figur geguckt und dachte, ich bin deine Figur. Okay, also ein bisschen Spider-Man-Spiel, scheinbar. Da, 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 da. Spider-Man, Spider-Man, stirbt, wie immer, ein Spider-Man stirbt. Und Spider-Man hast du noch nicht gesehen? Okay, doch, hab' ich. Nein, fahr vom... Nee, hier. No Way Home. Hast du dich doch beschwert, dass ich den schon gesehen habe. Ach ja, stimmt. Das war's. Das war's. Hast du den jetzt endlich gesehen? Ich hab' mir ja voll geguckt. Und was war das Kino zu? Darf ich jetzt nur nicht spoilern. Nee, bei uns hat das Kino zu. Die haben gesagt, okay, 2D Plus, irgendwann muss der Spaß auch aufhören, fickt euch, wir machen zu. Hm. Tja. Haben die wirklich, das haben die oben, da wo normalerweise die Filme angesagt sind, so hingeschrieben? Ja, bei mir in Leipzig auch. Das ist halt... Ja, gut. Bei euch war noch zu Weihnachten. Ich war halt zu Weihnachten in Magdeburg, das ist zu besuchen. Da ist halt auch die Inzidenz niedriger, das ist halt auch. Wir haben halt weniger Probleme, das ist halt... Ja. Sachsen-Anhalt ist generell in der Corona-Krise ziemlich gering. Das ist halt... Das sind halt vernünftiger, die Sachsen-Anhalt haben. Ja, gut. Da wohnen auch nur 3 Leute. Woah. Was war das? Nein, ich will nicht wissen. Ich will nur raus. Ich will nur raus. Zu late für das? Nee, Sachsen-Anhalt wurde nur eine Familie. Das weiß man doch. Vogel. Was ist da hinten? Ja. Okay. Hallo. Wo kommt der durch? Da kommt er. Wie soll ich nicht runterfallen? Nein. Wir sollten einfach nur ausweichen. Ich glaub das ist ein reiner Ausweich-Bostkampf. Ich glaub doch, die da bitte stehen. Und da kommt immer nur dorthin, wo die Wurst dunkel wird. Ja, da drüben. Ja, das sind wir'n Schatten. Okay, wir müssen glauben, dass hier die Beste stehen. Nur schön aus dem Schatten raus. Oh nein! Das war nicht! Das war schlecht. Viel Blick. Ich habe es geschafft! Das ist von der E-Persche. Das sind die Figuren. Weiter. Wow. Ich bin gerade mit in die Lücke gesprungen. Auch eine respektable Leistung. Sieht nach Boss Arena aus. Ah ja. Meinst du? Ja, wir kämpfen offensichtlich gegen einen! Oh, ich bin tot! Ich habe gar keine Ahnung gehabt, wo ich war. Wir kämpfen anscheinend gegen die Uhr. Ach du Scheiße. Er lebt! Ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Bin gerade runtergefallen. Ich gehe nochmal von vorne. Jetzt wissen wir aber beide, was zu tun ist. Glaube ich nicht, aber gut. Gute Kämpfe gegen eine Uhr. Ja. Da lang. Weißt du müssen irgendwie ausweichen. Ich bin tot. Der beim Leben. Ich weiß, dass die Mitte sicher ist. Relativ. Ich bin tot. Bleib am neben. Nein. Ich bin schon wieder tot. Ne, ich bin nicht tot. Mitte. Mitte. Und nun? Ich bin tot. Ist das vorbei? Ich glaube kaum. Ich glaube kaum. Acht Scheiße. Du musst überleben. Acht Scheiße. Das war nur Optik. Okay, wir haben eine Rezept, das Buch bestimmt. Das Buch hat die Zeit zurückgedreht. Die Uhr hat die Zeit zurückgedreht. Ich meine, es ist eine Uhr. Einfach aus dem Fokus raus. Oh Gott, was? Oh mein Gott, was? Raus hier. Einfach abhauen. Das trackt unsere Bewegungen. Einfach mal abhauen. Oh, wie können wir es stoppen machen? Ach, wir müssen auf die... Auf die Uhren. Wir müssen die Uhren kaputt machen. Wir kommen hier rüber. Ist auch scheißegal, ob wir getroffen werden oder nicht. Übrigens. Wir haben hier noch eine Uhr. Weg hier. Das hat gedauert. Riesenbomber. Los, los, los! Los! Los, los! Oha. Was passiert jetzt hier? Kannst dir irgendwas drehen oder so? Ja, du kannst was drehen. Ja, warte, hier habe ich ein... Du musst dir das Brett weiter zu mir drehen. Guck auf meinen Bildschirm. Alles cool. Dreh das näher zu mir. Spring. Das kommt nicht näher zu dir. Das ist zu weit weg, ich schaff's nicht. Du kannst auch mit dem Schiff in der Luft springen. Ich springe in Zeitlupe. So, hier, jetzt habe ich hier eine Explosion im Gesicht. So, hier, da muss es rüber. So, wo kann das rüber? Das kann entweder gehen, da musst du auch hin. Nein, ich bin zu weit gesprungen. Ich glaube, ich habe auch nicht unendlich viel Zeit, oder? Ich wollte gerade springen. Ja, ich wollte gerade bei mir was überprüfen. Du bist der Manipulator der Zeit, du hast unendlich Zeit. Ja, jetzt, ich weiß noch, dass in der früheren Version auf jeden Fall so war, dass man das hier auf Zeit gemacht hat. Und da muss ich rüber. 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 Okay, wo muss ich hin? Ich muss mich dort irgendwann rüber bringen. Ich muss mich dort irgendwann rüber bringen. Ich schaffe mich, dass sie ist, ja, da. Ah, hier, da auf das Brett. Und die Sprenger, in Zeitlupe. Ich bin zuerst da. Hör mich, aber das ist zu schwer. Da ist irgendwas, wo ich da oben. Da oben, da oben auf das Ding dort. Also auf das hier. Hier muss ich hin. Nein. So, jetzt weiter. Da muss ich hier hoch. Und weiter. Okay, komme ich noch nicht hin. Hier, da rauf, auf die Brücke hier, auf das hier. Zack. Und weiter. Nein. Ah, hier kann ich jetzt drauf, wahrscheinlich. Ja. Ops. Ah, ich bin da. Jetzt musst du dich noch. Take this, Quark! Oh, oh. Rennen! Was ist das Zeug, Geld? Rennen um dein Leben. Keine Sorge, du musst, glaube ich, nichts drücken, außer... Doch, F. Äh, was? Äh, was? Äh, was? Äh, was? Ich auch! Ich habe eine Änderung, du, Klob! Ja, lass uns das machen, Bank! Das ist der Schwindel-Erregend. Äh, ja. Ja, das war eine Uhr. Ja, das war eine Uhr. Deine Rennung ist jetzt noch mehr in Seek. Kannst du es? Äh, erzähl mir, du fühlst es? Äh, erzähl mir, du fühlst es? Äh, erzähl mir, du fühlst es? Äh, äh, äh! Ich fühle mich. Okay, in dieser Uhr waren wir die ganze Zeit drinnen. Mhm. Mom, es funktioniert. Unsere Kuckoo-Clock ist wieder arbeiten. Ja, wir haben es doch repariert. Ja, okay. Oh, ein paar Explosionen. Wir richten schon so eine Uhr. Ein schwarzer Fleck an der Wand. Alles ist ausgebleicht, außer die Uhr. Sie mag es, wenn Dinge auf Zeit sind. Ja, das ist schon ein bisschen Schimmel hinter der Uhr. Das ist so ein bisschen... Und ein schwarzer Fleck, das ist so ein bisschen... Hm, Klotwist, der Schimmel war vor der Uhr da. Jetzt einfach überhängt. Na, toll. Definitiv nicht. Attraktion. Attraktion. Ah, das Wasserlevel. Das Wasserlevel. Wasserlevel. Was ist mit den Pinguinen, oder was? Ja. Das ist cooler. Das wäre der Schildkurzer. Was ist mit den Pinguinen? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Du magst dich nicht? Nein. Okay. Okay. Du bist mit deinem Meinung in deiner Meinung. Ja. Schon wieder Schneeinander. wir kriegen den magneten abgesehen davon dass magnete so nicht funktionieren oder was soll es was sie sagte sie funktionieren magneten nicht physik was ist das mit magneten zerbricht ist er kaputt wenn magneten zerbricht dann hast du zwei magneten kann es den magneten zerbricht nicht das eine magnetenteil mit dem anderen magneten anziehen das ist so das geht schon aber die andere Seite ist eine entsprechende andere pole glaube ich zumindest ich bin jetzt auch kein physiker das können wir jetzt machen mit unseren nicht die nicht die strahlen kreuzen du musst ziehen ich kann nur drücken okay funktionieren magneten zwar nicht aber moment ich muss von hier aus ich kann auch drücken okay ich kann das drücken du musst das hier drücken das rote kann ich ziehen und das blaue kann ich drücken selbe farben stoßen sich ab und unterschiedliche ziehen sich an du musst mich hier hoch drücken einmal und die farbe blau kann ich drücken also gut plus zieht plus zieht minus an und stößt plus ab passt schon so theoretisch das muss mich jetzt machen ich nehme an wir wollen das spiel jetzt noch weiterspielen scheinbar Ok, kannst du mich bewegen oder was? Du musst mich bewegen Also jetzt musst du das zu dir ziehen Gute Arbeit Du musst auch ein gutes Timing haben Äh, aber ich kann nichts, ich kann ja, ich kann, ah ok Ja Danke Du musst hier nichts machen Wenn du meinst Gleiche Farben stoßen sich ab Unterschiedliche ziehen sich an Heißt, ich muss das hier runter drücken Runter ziehen Physik war ich nie gut Und jetzt musst du es runter drücken Was ist das überhaupt richtig Das hat doch nichts mit Besuch zu tun Das ist das Gameplay Am Gameplay war ich auch noch nicht gut War ich auch noch nicht gut Das ist das Das ist das Das ist das